hallo ihr lieben das ist doch mein winter habt ihr gestern schön es schneit es schneit zusammen mit henna gesungen ja jetzt kann ja keiner mehr sagen hier gibt es nie schnee ich war heute mit gunny natürlich im schnee spazieren und schnee schieben und ich finde das schönste ist wenn man dann nach haus kommt was warmes zu trinken am besten macht ihr euch auch was warmes zu trinken und dann kann es losgehen zu so einem gemütlichen tag zu hause nach so einem schnee abenteuer vielleicht hat ein schneemann gebaut vielleicht seit der schlitten gefahren finde ich kann man so schön zusammen sitzen was warmes trinken heiße schokolade vielleicht und dazu märchen lesen ich habe mal meine märchen bücher rausgesucht habe hier eins gefunden märchen aus aller welt ich glaube da werde ich nachher mal rein lesen ich habe hier einen interessanten titel gefunden der löwe und die schildkröte finde ich eine sehr interessante kombination oder dann gibt es es gibt auch märchen bücher für erwachsene wenn ich da jetzt aber das märchen um das es heute geht vorlesen wollte müsste ich zu viele wörter weglassen also ich kann ja mal den ersten halben satz der geht die ganze story fing damit an dass weities schwerreiche alter es nicht ohne weib aushalten konnte und dann müsste ich jetzt schon das geht nicht also märchen für erwachsene und dann habe ich mein märchenbuch oder das von meinem papa das märchenbuch ne von meiner mama meine mama hat das besessen das hat das fällt schon auseinander und da habe ich das märchen rausgesucht zu dem es auch gleich ein lied gibt und ich glaube ihr kennt das märchen alle es war einmal mitten im winter ach so habt ihr alle schon was zu trinken dann drückt noch mal schnell auf pause macht euch gemütlich hier kommt das märchen es war einmal mitten im winter und die schneeflocken fielen wie federn vom himmel herab da saß eine königin an einem fenster das einen rahmen von schwarzem ebenholz hatte und nähte und wie sie so nähte und nach dem schnee aufblickte stach sie sich mit der nadel in den finger und es fielen drei tropfen blut in den schnee und weil das rote im schnee so schön aussah dachte sie bei sich hätte ich ein kind so weiß wie schnee so rot wie blut und so schwarz wie das holz an dem rahmen bald darauf bekam sie ein töchterlein das war so weiß wie schnee so rot wie blut und so schwarz haarig wie ebenholz und wart darum das schneewittchen genannt und wie das kind geboren war starb die königin über ein jahr nahm sich der könig eine andere gemahle es war eine schöne frau aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden dass sie an schönheit von jemand sollte übertroffen werden sie hatte einen wunderbaren spiegel wenn sie vor den trat und sich darin beschaute sprach sie wissen was sie dann immer sei wisst ihr alle oder spieglein spieglein an der wand wer ist die schönste im ganzen land und der spiegel antwortet frau königin ihr seid die schönste im land ja und wie geht das märchen weiter irgendwann ist nämlich die königin nicht mehr die schönste und unser schneewittchen landet im wald bei den sieben zwergen ihr habt das märchen bestimmt zu hause zum lesen wenn ihr euch das einmal komplett anhören wollt dann lasst es euch vorlesen jetzt kommt unser lied von den sieben zwergen wir sind die sieben zwerge und wohnen hinterm berge wir fahren tief ins bergwerk ein und suchen beim laternenschein silber gold und edelstein im wald bei haas und mäuslein steht unser kleines häuslein wir haben sieben 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 tillerlein dazu auch sieben bettchen fein alles ist ganz klitzeklein schneewittchen kocht das sübchen und fegt und putzt das stübchen wir nehmen es in unsere hut dass keines sieben ein leid warm tut sind ihm ja von herzen gut morgen geht es noch ein bisschen weiter mit dem märchen denn ich habe noch ein lied die meisten märchen nehmen ja ein gutes ende und um das ende geht es dann auch in dem lied morgen viel spaß noch im schnee tschüss ja